hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von the walking dead in der letzten folge haben wir ja episode 5 die zeit wird knapp beendet und haben dabei leider lie verloren und clementheim ist jetzt alleine auf sich gestellt und muss im entwickler und umid suchen ja und dementsprechend wenn wir uns jetzt das spezialkapitel 400 tage reinziehen ich bin gespannt um was es da geht also wahrscheinlich 400 tage überlebt aber mit wem wer ist dabei und ziehen wissens rein die sprach passen sich von der getroffene entscheidung an die handlung verändert sich dementsprechend ja zum schluss lobe ich wahrscheinlich alleine irgendwie rum weil alle sterben ich da versuche zu retten gilt spit stop sieht noch ein bisschen aus wie vor der apokalypse war so walking dead 500 äh foreign days vor 400 tagen und jetzt ja fast wie bei uns der sprit war diesel ins 98 und normal benzin 2 euro 9 ich bin gespannt spielen wir jetzt von jemand anderen irgendwie rechts unten ist mike miles morales weil sein abschluss geschafft hat sie ach ich muss was tun sagt das doch mein gott wo soll ich denn was ist denn spielen war russell raid winds shelly bonnie ganz ehrlich wir fangen einfach mal mit miles morales russell an hier ja cool tag 184 mit russell kann ich jetzt inventory gucken hier oder na ok rucksack ansehen ist nicht wegen ja du nimm lieber ein paar dosen mehr mit als zu wenig ich bin im walking in the winter wonderland da liegt doch schon jemand am straßenrand hoffentlich bleibt er da auch noch liegen ok das ist noch nicht weihnachten ja wobei wer wisst wann die folge rauskommt haha hoffentlich hey du bist wieder auf gut das heißt wohl nein ich sollte wahrscheinlich hurry shit 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 ach bleib hier jetzt haben wir zu verlieren hey irgendwer komisches vorkommt hau ich ab vielleicht kann ich irgendwo mitfahren vielleicht 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 ich hab dir geworfen du bist du bist auch du denkst du oder ich glaube ich bin leck mich wirklich ärgereich ich brauche ich brauche du brauche du bereit ich brauche ich brauche du weißt was ich sage Alter, bist du. Arschgege. Ach, bin Russell. Okay, ich würde gerne mitfahren. Nee, passt schon. Kannst du mich nach... Oh, ich komme mitfahren. Okay, hier zeige ich bestimmt unser Todesurteil, unterschrieben. Mein Name ist Nate, bei der weh. Danke, dass du dich fragst. Bist du zufrieden? Uh... Hier geht's. No. Ich bin straight, danke. Du bist nicht so gut, hast du? Es ist der fucking Apocalypse. Das ist, wie... nichts. Nein, ich bin einfach gut, okay? Okay, okay. Du willst mir erzählen, wo du von bist, zumindest? Du musst du mit einer Crew. Äh, sicher. Keine Brüte. Nein, ich bin nicht so gut. Nein, ich bin nicht so gut. Es gab eine Mädchen, die ich gut gefühlt habe. Die Argument ist die Semmatik, Russ. Geben die Leute. Alles gut. Es gab wir sieben. Ich hatte keine Familie dort. Sie waren alle meine Eltern, in Statesboro. Es gab ein Vater, die eine Frau von meinem Alter hatte. Ein Mann sagte, er war ein Schauspieler, aber niemand glaubte ihn. Dann ein Lehrer und seine Frau. Der Trainer war dieser Mann, Steve. zurück zu der Frau. Steve war ein Schauspieler, aber alle waren mit ihm. Er sagte, sie war die magische Nummer. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir die Survivoren haben, dann war es das gleiche. Er... 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 Wir werden diese Leute zu töten? Oder was? Dann BANG! Sie werden tot. Anyway... Ich konnte das. Nach ein paar Wochen... Ich packte meine Scheiße ab... und habe gedacht, ich könnte für Großeltern alleine und versuchen, meine Familie zu finden. Ich habe weggelebt. Ich konnte nicht so leben. Ich konnte nicht so leben. Also niemand wurde mit der Frau mit der Frau? Nein! Sie haben sie nicht! Was würdest du ihr ihr? Eine schwere 6? Just erzähl mir etwas über sie. Wie war das Rack? Gib mir ein bisschen was. Gib mir ein bisschen was. Ich habe es nicht. Russ, ich mache dir eine Service hier. Ich muss meine Beacke weg. Ich habe es direkt in hier. Warum musst du so sein? Wie was? Ich habe immer über Frauen wie das. Frauen? Okay. Well, lass mich, ob ich meine Frage anspricht. Weil... weil das Hunger ein Mann hat für eine Frau ist, ist alles wir haben. Also, die sind nicht mehr Leute. Noen, keine Jobs. Ain't nichts, was uns Menschen macht. Aber sie haben noch alle Frauen noch. Whatever. Let's try this again. Alright. Maybe jemand, nicht so near und dear to your heart, dann. What the fuck? Come on! Skal auf 1-10. What do you think? Ah! Slamm und Pusch und Strop, right? I think. I think. Ah! Dude, get a look. Fuck, fuck, fuck! Ah! Rappen nine, right? Rappen! Hier ist ein Highstandard. Ah, hey! Ah! Ah! Jesus, Russ. Calm down! I can't remember if anything, because I stand for the shame. Did you load that? Oh, it's in the glove, right? Ich bin ja gespannt, was YouTube sogar zu der Mucke sagt. Ich bin ja gespannt, was ich. Alright. Oh shit! Go! Get out! Russ! Get the fuck down, man! You don't wanna be there! Get to the truck! I'll cover you! Oh god. Okay! Get ready! Don't stop running! And keep your head down! Komm, 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 komm! Wow, wow, wow! Alter! Was ist passiert? Ich werde dich aufhören! Schau, wie gut du hast! Alright. Was machen wir? Erstens. Wir werden genau herausfinden, wo dieser Arscher ist. Nur einen schnellen Blick. Schau! 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 Ich hab doch schon runtergedrückt! Was soll denn das? Alter! Ich hab doch schon runtergedrückt! Schau! Schau! Was ist passiert? Ich werde dich aufhören! Schau, wie gut du hast! Alright. Was werden wir tun? Erstens. Wir werden genau herausfinden, wo dieser Arscher ist. Schau! Schau! Und ich geh wieder runter. Aber siehst du, das hat schon eine Weile gedauert, bis er reagiert hat. Jetzt wissen wir, wo er ist und wir können ihn verdammt bekommen. Alright. Ja. Das ist der Geist. Lass uns diesen Fahrzeug aufhören. Okay. Es ist neutral. Schau einfach deinen Kopf aufhören. Achso, cool. Tja. Schau! Schau! Just keep pushing! Ja, er schiebt sich schwerer, aber hey, wird schon gehen. Komm schon! Oh! Schau! Kraft! Deine Wassersuppe, komm! Ach, ich brauche nicht drücken. Was jetzt? Wir werden nach der Seite des Gebäudes kommen. Wir müssen von Koffer zu Koffer gehen. Geräusch, diese Zeit. Ich bin nicht aufhören. Willst du mir Deckung geben? Ach komm. Willst du mich koffern? Wenn wir zu diesem Auto kommen, werden wir aus der Linie von Feuer. Hier. Du kannst mich zuerst koffern. Ich bin nicht aufhören. Wenn du mich koffern, dann werde ich dich koffern. Oder wenn du zuerst gehen willst, dann ist das auch okay. Gib mir Deckung, ich geh zuerst. Ich geh zuerst. Attaboy, Russ. All Ass! Na, kann ich jetzt? Achso. Ah. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, muss ich die jetzt fangen? Oh Gott. Ich hab doch... Äh? Komm, komm, komm. Grab. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Jetzt was? Wir kommen da hin und wir sollten gut sein. Geht! Oh, das Lauf. Oh, schneller, 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 schneller. Die Mücken fliegen wieder tief. Gib Gas. Äh. Na klar. Okay. Meine Fresse, ey. Gleich beschossen hier am Anfang. Äh, wir sollten es von seinem... Ja, aber der kann uns noch... Naja, aber der hätte später unser... ...verderben sein können. Okay, klar. Bleib deinen Kopf runter und folg mir. Du hast es. Jeder Zombie, der noch... ...in Anführungsstriche lebt und uns beißen könnte, ist... ...n Zombie zu viel. Wir werden uns voll kalt sein. Wir werden uns auf diesen... ...und ihn rausziehen. Du hörst mich? Nicht ein fucking Piep. Piep! Warte. Piep! Ich sehe ihn. Check durch die Fenster. Schau, ob jemand anderes ist. Kann ich hier irgendwas looten? Loot! Loot! Gibt's hier Loot? Hier gibt's kein Loot, das war ja klar. Das ist ja gar keiner. Das ist ja gar keiner. Ich denke, ich habe einen Mann gesehen. Keine Scheiße. Geh. Ich ziehe ihn. Ich will Sie hier. Ich stehe einen. Gehe ihn. Ich stehe aus. Gehe ihn. Ich stehe einfach. Ich schau ihn. Gehe ihn! Ihr Gebet! Hallo, hallo, hallo? Hallo? Ich hätte doch... Ich weiß nicht, wir waren einfach nur wie jemand. Bullshit! Sie kamen zurück zu uns auf und nehmen uns alle unsere Füße! Du hast deine Marble! Sie ist sterben, und jetzt sie sieht deine Füße! Shut up! Wir haben hier nie gehört, Sir! Dann, wer hat meine Wife? Es war uns! Sie versucht uns zu töten, für keine Worte. Wenn es nicht, wir sollten Sie ausfüllen. Bitte, einfach aus hier! Bitte, uns alleine! Was sagen Sie, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Guckst du absichtlich so psycho? I'm not hurt no one and don't you hurt these people either. Come on can we still be friends? No Psycho alter Geh lieber sonst knallt er uns ohne ab Alter überall bloß hab Psychos unterwegs ey Ach das sind so ne kurzen Dinger ja Ja wollen wir mal gucken Wollen wir mal Raid nehmen Oh wait ich mach erst mal Bonnie Bin ich mal gespannt. Kriegen wir bestimmt in die Folge noch die zweite unter hier Okay Got one A snake for a tongue You are so bad at this Would you rather have a snake for a tongue Or lobster claws for hands Bonnie Tag 220 Gab's da ne richtige Rennfolge? Das ist lächerlich Ich kann nicht schlafen Can I control this snake or does it have free rain? Free rain Well I'm thinking Think harder And how exactly do you think harder? Good point I'll think about that Snake tongue Gross What? How is that more gross than lobster hands? Yeah Well for one it's in your mouth Hey you asked the question Haas Okay How about Never mind I probably ought to stop bugging you with stupid hypothyroidism Oh come on You'd be a lot less fun You've been a lot more fun lately Feeling better? I guess I am Well you sure do look better Though uh You gotta admit anything is an improvement If that came out wrong What I mean is I mean You were You were uh You know Thanks Jerk Hey That's what I'm here for Oh to remind me how hideous I was Nah Make sure you keep on keeping on I mean it though After we found you If you were still so hooked on that stuff Well I never thought you'd make it You ain't out of the woods yet I know But Well you've come a long way Bonnie And I'm proud of you You're a good friend Leland I know Okay You're not that great Look You know I ain't going nowhere right? As long as we're together I'll be there for you You ain't gotta worry You know that right? Slow down Leland Bonnie Leland? Bonnie? Dee? Hey honey Uh huh I found us something What are you two up to? Where have you been Dee? Where have you been Dee? We were just talking while we waited for you huh? And what were you talking about? Oh Um Well Um Lobsters Lobsters Well fishing Figured it'd be worth a shot For the food you know Leland you hate fishing That ain't totally true And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time Caught you didn't I? I am a catch Don't I know it I got you a present Oh You shouldn't have What'd you find? I'll tell you later I don't mean to interrupt your chat with your girlfriend But uh We gotta get moving Does she think we So Where'd you get the bag Dee? Dee? Dee Did you hear me? What's in the bag Dee? I told you It's a surprise Hey Dee When we get back to camp Would you let me borrow some of that nail polish? Sure hun You like this color? It's my favorite And after today I could use a new coat you know Same here I feel like a brown rat with these claws Not to interrupt the girl talk here but uh Dee that That's bad Look I found it down the road a piece alright? Where down the road? Some place off that-a-way Damn it Dee you gotta give us more than that Quit being so cagey about it Me? Cagey? You two are the ones being cagey Calm down Dee Just tell us where you found the bag You guys sure gang up on me a lot lately Honey that ain't true Tell me one time you sided with me in the last week The last month Alright I can't remember one especially but I know I have False This is how all our fights go Every time Now we're standing here in the woods soaking through And for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped But you are the one who made me stop Irregardless We could just as easy carry on like this while we're walking Oh I have about had it with that attitude Attitude And now we're standing in this goddamn rain In this goddamn middle of nowhere place You listen to me now I have had it up to here with listening to you To bless you I can't believe you are still religious Layland That's enough It's obvious you can't win this one So why even bother trying Bonnie I appreciate you trying to help But let me handle this alright Thank you Bonnie Finally someone makes some damn sense around here Bonnie darling I'm sorry we're Darling? Dee Come on Save it I know what side your bread is buttered on Yours too Dee Now's not the time Whatever issues we got We'll hash them out later I refuse to get in the middle of this Well too bad You already are I'm sorry I just want to get somewhere where I can change my clothes And then you and your girlfriend can Oh shit Oh no Oh god run Come on we gotta move What are you talking about? Oh shit Lauf Ich lauf Wow Alter Au 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 Wer hat auf mich geschossen, Alter Dum 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 So sieht es du schon nochmal Wenn ich jetzt renne Alter Au Au. Step up. Äh, Step up, stirb. Wir werden von Lichtern verfolgt. Ich glaub, die Alien sind's. Die, Leyland! Through here, look! Goddammit. Cut. Die! Cut. You see anything? Come on, Bonnie. Come on. Shit. Where are you? Oh, God. I think I see him! Over here! Step, you see something? Oh, falsche Richtung. Ich wollte nach links. Oh, Mist. Ich hab falsche Richtung getragen. Ich wollte doch nach links. Ich hab rechts die Taschenlampe gesehen. Das ist aber nicht da hingedrückt. Mist. Komm. Go. Go. D! Ach, da ist ja auch einer. Nee. Okay. Ich denke, ich habe etwas gesehen. Komm. 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 Okay, okay, okay. Ah, Mann. Ich hab... Geh weg! Hä? Hä? Ich konnte jetzt nichts machen. Ich wollte eigentlich nochmal nach rechts, aber es ging nicht. So. Lauf. Die Pfeile gehen jetzt auch nicht mehr weg. Irgendwie ist das glücklich buggy gerade. Wir werden es gleich sehen. Er ist wieder einer rechts neben uns. Oha. 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 Gott. Ist diesmal schaffen, ey? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann mich nicht bewegen. Alter. Schrei doch nicht so. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Versteck dich, versteck dich. Okay, Bonnie. Stay calm. Find a weapon. Was ist denn das? Oh shit. Dea? Oh, Gott. Dea? Dea? Oh Gott. I'm so sorry. Oh, Gott. Die? Oh, ich habe jetzt überlegt, ob ich warte. Oh, scheiße. You love him. I saw seeing him. Look at you. I... I... No, God, I'm sorry. I need him. I need you both. You bitch. And there you wanted him. Didn't think you had the stones. Dee, I would never... I swear this has nothing to do with him. It was an accident. You fucking junkie. Das war trotzdem nicht mit Absicht. Das hat nichts damit zu tun, dass die... Dee, Dee, hast du sie gefunden? Bonnie, ich... Ich dachte, sie haben dich da zurück. Jesus, bist du schockiert? Nein. Äh, nein. Dee, oh Gott, was ist passiert? Oh, Jesus, oh, Gott, Bonnie, was ist passiert? Oh, mein Gott, Dee. Lord, was ist passiert, dear? Your face, her face, Bonnie. I... Head too, I... I thought you would... What do you mean, Bonnie? What was that you just said? It really was an accident, Wayland. It really... You did this? You did this to my, Dee? Keep moving. You've got to be closing in. What's done is done. We need to get going. What? What's done is done? That's all you have to say? Back this way! Oh, I feel sick. No! You're going... Which way? There! Call out if you see them. I think I heard something over here. Wayland. Come on. I ain't leaving her. They'll kill you. Wayland. I think I see them over here. Und Feuer frei. Alter, das konnte doch keiner wissen. Keiner ahnen. Bonnie. Was macht man nicht? Was tötet Menschen? Oh, ist die auch noch einer? Dann haben wir jetzt nur noch... Wait. Wins. Und... Shiel. Shale. Shale. Ach, egal. Ist ja auch wurscht. Aber das machen wir in der nächsten Folge von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht hauen wir da nochmal die 3 in eine Folge. Dann wird es eine schön lange Folge, denke ich mal. Dann werden wir bestimmt dreiviertel Stunde, fast Stunde zusammen kriegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.